Unglaublich. Kaum ein paar Tage nach ihrer Gründung sorgt die Werteunion bereits für kontroverse Diskussionen und erschreckende Enthüllungen. Hans-Georg Maaßen, ein prominentes Mitglied der neuen Partei, hat in einem Interview schockierende Äußerungen von sich gegeben, die ernsthafte Zweifel an der Ausrichtung und Integrität der Werteunion aufkommen lassen. Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass eine Partei, die sich als konservative Alternative zur CDU-CSU positioniert, bereits so früh in ihrer Existenz derartige Kontroversen auslöst? Bereits während der Pressekonferenz und der offiziellen Gründung der Werteunion gab es kritische Stimmen und ein allgemeines Unbehagen über die Abgrenzung von der CDU-CSU. Insbesondere die betonte Rolle als Premium-Partner der CDU und gleichzeitige Offenheit für Gespräche mit allen politischen Lagern, einschließlich der AfD, stieß auf Unverständnis und warf die Frage auf, welche politische Ausrichtung die Werteunion tatsächlich verfolgt. Die Ambivalenz in den Aussagen und die fehlende Klarheit über die langfristigen Ziele der Partei führten bereits zu ersten Irritationen. In diesem Kontext äußerte Max Otte deutliche Kritik und forderte ein klares Bekenntnis zur Koalition mit der AfD, um einer vermeintlich entscheidungsschwachen CDU entgegenzutreten. Doch diese Position stieß nicht auf allgemeine Zustimmung innerhalb der Werteunion. Alexander Mitsch, Gründungsvorsitzender der Werteunion, relativierte die Aussagen umgehend. Neben den politischen Richtungsfragen werfen auch die Mitgliedschaftsregeln der Werteunion Fragen auf. Die Möglichkeit von Schnuppermitgliedschaften für CDU, CSU und FDP-Mitglieder sowie langwierige Antragsverfahren für andere Interessierte sorgen für Verwirrung und Unverständnis darüber, welche Zielgruppen die Werteunion tatsächlich ansprechen möchte. Besonders alarmierend sind jedoch die jüngsten Äußerungen von Hans-Georg Maaßen in einem Interview, in dem er seine Besorgnis über ein mögliches Erstarken der AfD äußerte und sogar spekulierte, dass die AfD eine Alleinregierung in bestimmten Bundesländern bilden könnte. Diese Äußerungen werfen ein grelles Licht auf die politische Ausrichtung der Werteunion und lassen Zweifel an ihrer Unabhängigkeit von der CDU-CSU aufkommen. Angesichts dieser Enthüllungen und Kontroversen ist es dringend erforderlich, dass die Werteunion eine klare Positionierung vornimmt und transparent macht, welche politischen Ziele sie verfolgt. Andernfalls droht ihr der Vorwurf der Heuchelei und des politischen Opportunismus und sie riskiert, das Vertrauen der Wähler zu verlieren, noch bevor sie überhaupt Fuß gefasst hat. Es bedarf einer ehrlichen und offenen Debatte über die Zukunft dieser neuen politischen Kraft und ihrer Rolle im deutschen Parteiensystem.